mich interessiert aus welcher höhe muss ich jetzt irgend so ein auto loslassen damit hier den looping schafft und nicht runter purzelt eine sehr schöne musteraufgabe weil energie und kraftansatz beides drin stecken so jetzt gehe ich mal hier auf die skizze interessant ist also jetzt der punkt a am punkt a soll das auto also nicht runter purzeln und am punkt a wirken zwei kräfte zum einen die gewichtskraft fg und wenn ich es mit der zentrifugalkraft macht dann eben eine zentrifugalkraft nach oben fz und dann habe ich hier fz gleich fg dann geht es gerade so gut wenn ich mit der zentripetal kraft arbeite sage ich hier ist fg und das fz soll auch so groß sein also vom betrag her gilt wie das gleiche fz gleich fg also wenn die die kur hier fz wenn die wenn die wenn die gewichtskraft gleich der zentrifugalkraft ist geht es gut also start ist der star fz gleich fg fz ist mv quadrat durch r zentrifugal zentripetal f gewichtskraft ist m mal g und an der stelle kürzt sich die masse raus keine masse mehr und wir wollen die geschwindigkeit also mal er damit dieser radius drüben ist und dann noch die wurzel und dann habe ich die geschwindigkeit die geschwindigkeit ist eben die wurzel aus radius mal ort faktor radius in metern am besten das ist also die hälfte von den 0 23 metern die habe ich da raus also da kann ich ausmessen und dann komme ich ein bisschen mehr als ein meter pro sekunde also eigentlich muss v größer als diese 1,06 meter pro sekunde sein dann geht es theoretisch gut jetzt die zweite frage also das war hier kraft gleich kraft so geht es in der versuche also kraft gleich kraft oder energie gleich energie nicht mixen und jetzt ist die frage aus welcher höhe muss ich es loslassen und spannend ist dann eben die höhe also für den punkt a brauche ich dieses also dieses da die die das erkläre ich jetzt unten am foto noch mal genauer die drüber höhe also da habe ich jetzt hier das foto vielleicht also ich habe hier höhen energie und die höhen energie wird umgewandelt in bewegungs energie und dann habe ich hier ein gibt da um tiefsten punkt habe ich hier maximales frau hier unten will ich ja gar nicht wissen ein teil von dieser bewegungs energie wird wieder in höhen energie umgewandelt dann bin ich hier oben ja und das ist aber eben genau dieses ding da also diese drüber höhe die will ich wissen wie hoch ist es ja und das ist hier das ist ein radius das ist ein radius also h minus zwei mal der radius haben minus zwei mal durchmesser das ist der teil und der wird in die bewegung umgewandelt die ich an dem punkt ab so deswegen schaut an der stelle ein bisschen kompliziert aus also ich habe hier einfach e pot gleich e kin das hat jeder schon ein paar mal gesehen also normalerweise wäre es m mal g mal h gleich ein halb mv quadrat aber ich habe eben nicht die höhe sondern hau minus zwei r an der stelle hier dieses also die höhe über dem looping gut und dann wird es aber wenn das da steht wird es leichter mal einfach wieder dividiert durch die masse die fällt weg wie schweres auto ist es wurscht und dividiert durch das der ortsfaktor weil ich will ja das gelbe wissen und dann bekomme ich diese zeile also dieses h minus zwei mal der radius ist ein halb mv quadrat doch ortsfaktor einsetzen dieser meter und ortsfaktor und bekommen 0,05 7 meter ist ungefähr 6 zentimeter so was heißt das also durchmesser vom looping war 23 zentimeter 6 zentimeter drüber das heißt von der höhe von 29 zentimeter muss ich loslassen da mal ein bisschen kommentar also das ist das ergebnis also hier 29 zentimeter ja und dann habe ich hier die 6 zentimeter und dann habe ich hier die geschwindigkeit die ich brauche von ungefähr einem meter pro sekunde damit nicht klappt dass das ergebnis gut aber dass die theorie das schöne ist man kann das war ein foto das kann man ausprobieren wenn ich es ausprobiert brauche ich 40 zentimeter und da kann ich einen schönen kommentar schreiben 29 das theorie ohne reibung 40 zentimeter ist realität mit reibung und dann sieht man wie groß ungefähr die reibungsverluste waren ja als ich brauche die höhenenergie von 40 zentimetern 0,4 metern um dann an dem punkt real noch genug bewegungs energie übrig zu haben nachdem ja hier einiges weggefallen ist deswegen gefällt mir die aufgabe und noch mal die aufgabe gefällt mir weil jetzt allerdings an der einen stelle setze ich die kräfte gleich und an der anderen stelle setze ich zwei energien gleich mix das alles zusammen um ein ergebnis zu bekommen das ich dann auch noch schön beurteilen kann wo ich sagen kann ja schönes ergebnis aber die reibung fehlt